Egende Theo Lingern würde am 10. Juni 2023 seinen 120. Geburtstag feiern. Seine Stimme, seine Mimik und seine Aussprache waren einzigartig. Selbst eine Größe wie Peter Alexander imitierte ihn, weil er eben so speziell war. Im Alter von 75 Jahren verstorben bleibt er doch unvergessen. Wir wünschen viel Vergnügen und wenn du öfters auf den Geburtstag oder andere Anlässe prominenter Personen hingewiesen werden willst, dann abonniere kostenlos unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keines unserer Videos verpasst. Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auf Feld, der Theodor, der Held. Die Männer Augen werden wach, die Mädchen Herzen werden schwach. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auf Feld, der Theodor, der Held. Und rollt der Angriff in unseren Strafraum, dann kommt die Flanke und Schuss hinein. Aber nein, aber nein, aber nein, der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auf Feld, der Theodor, der Held, der Held. Ja, unser Theodor, der Held, der Held. Hallo, hallo, Sie hören jetzt die letzten fünf Minuten der interessanten Übertragung des internationalen Fußballwettspiels. Schienbein 04 gegen Meniskuskickers. Das Spiel steht 45 zu, ja, das weiß man noch nicht, nein, das weiß man leider noch nicht, denn alle zwei Minuten fielen hier drei Tore. Sämtliche 32 Karten befinden sich noch auf dem Spielfeld, verzeihen Sie, sämtliche 22 Spieler befinden sich noch im Talon. Eben hat der Mittelstürmer von Meniskus den Ball nach rechts gegeben, nein, verzeihen Sie, das war der Schuh vom Schiedsrichter. Aber ein anderer Stürmer trägt etwas nach vorne. Was trägt denn der nach vorne? Ah ja, den Ball, natürlich den Ball und alle anderen ihm nach. Sie setzen ihm nach, sie rennen ihm nach, sie laufen ihm nach, ja, man könnte sogar sagen, sie segeln ihm nach, denn der Zustand des Spielfeldes ist geradezu katastrophal. Sämtliche Spieler stehen bis zu den Knöcheln im Wasser, vom Ball ist leider weit und breit nichts zu sehen. Aber jetzt, aber jetzt, der halbrechte Verteidiger von Schienbein 04 nimmt den voreiligen Stürmer von Meniskus in die Krawatte, er setzt ihm einen doppelten Nelson an, drückt ihm die Brücke ein und auch eine Brücke, eine Brücke, Akrobat, schön. Und beide versinken im Morast. Das Spiel aber geht weiter, der Sturm rast, ja, es rast der Sturm und will sein Opfer haben. Und hilflos steht der arme Tormann von Schienbein 04 dem Ansturm gegenüber. Nur noch fünf Meter, nein, vier, nein, dreieinhalb trennen die Hyänen des Spielfeldes von dem armen Tormann. Da, in letzter Minute, in letzter Sekunde reißt Theo, der Tormann, geistesgegenwärtig die obere Latte vom Tor und schlägt damit den Angriff zurückgerettet. Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Die Männeraugen werden wach, die Mädchenherzen werden schwach. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Und rollt der Angriff in unseren Strafraum, dann kommt die Flanke und Schuss hinein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein. Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held, der Held. Ja, unser Theodor, der Held, der Held. What? Juno Wunsch Wie der Osträck